Ja, ich bin ja echt geflascht. So viele, passen ja überhaupt keine mehr rein. Ich meine, wenn ihr Bock habt, guckt ihr die nach vorne, weil sie zu laut ist gleich. Also erstmal herzlich willkommen. Kannst du bitten, oder sind doch noch ein paar andere da? Ja, bitte, was weiß ich. Hallo alle zusammen! Und dafür haben wir auch noch geiles Wetter, ey. Ja, das nächste Stück, das war dann vor dem Auto. Von den Features, ich denke mal, geht zum Fahrrad, etwas Alters, ein Schützchen. Ja, wir werden euch mal präsentieren. Ja, wir werden euch mal präsentieren. Drei CV- siempre, wir werden euch mal wiederholfen. Musik 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 Ich hab gedacht, ich fische die Sonne weg. Die Sonne ist weg. Aber die Lampe da oben, die macht mich fertig. Aber man muss mich ja auch noch sehen, wo es eigentlich hell genug ist, oder? Naja, egal.